Ich hab BB 2017, niemand kann mit Sponji ficken. Ah, ich übergeb den Shit an Johnny Dixon. Meine Jungs kommen mit Kapuze und Ray-Ban. Deine Jungs kassieren paar Kugeln von Damon. Yo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Die letzten drei Videos waren wieder vorproduziert, weil ich das Wochenende über keine Zeit hatte. Da soll nochmal jemand sagen, dass ich faul bin. Ich hab Videos vorproduziert, damit trotzdem was kommt. Jedenfalls gibt es heute mal wieder ein kleines Thema, worüber ich einfach mal reden wollte. Und zwar geht es um das JBB 2017, was wohlmöglich schon irgendwie entschieden ist. Wir wissen ja schon durch den Finalpart von Spongeboss in Johnny Dixons Finalrunde, dass Johnny beim JBB 2017 teilnehmen wird. Und das war ja auch von vornherein schon relativ klar. Jetzt stellen sich aber einige Fragen. Also erstmal, ich denke mal Johnny bekommt Features von BBM-Membern. Am liebsten von Damon ohne Scheiß. Damon Hooks im JBB 2017 würde ich mega feiern. Aber ich denke mal auch, dass bei einem schweren Gegner oder zumindest im Finale der Schwamm zum Vorschein kommt. Oder Johnny halt auch einfach generell Hilfe von der ganzen BBM-Crew bekommt. Und jetzt frage ich mich halt so persönlich, wie wird das alles ablaufen? Julian hat Johnny Dixon ja zum Glück in der JMM 10 nicht mehr gewinnen lassen. Also das wäre auch eigentlich gar nicht mehr möglich richtig gewesen. Außer er hätte irgendwelche Download-Zahlen gefakt. Aber auf jeden Fall hat er ja ganz normal Gary gewinnen lassen und auch seinen Senf zu Johnnys Runde gegeben. Deswegen glaube ich jetzt auch, dass er fair bewerten wird. Außer er wird wieder nach alten Schämen bewerten. Bestes Beispiel Spongeboss gegen Fortune. Das ist für mich irgendwie immer noch so... Mäh. Ob das alles so fair war? Mäh. Jedenfalls frage ich mich halt einfach, wird Julian wirklich vernünftig bewerten oder wird der Johnny einigermaßen bevorzugen? Ich hoffe wirklich nicht. Also wenn jetzt jemand kommt, irgendein Newcomer und Johnny richtig hart zerstört, ich hoffe, dass dann Julian auch wirklich neutral bewertet. Und jetzt nicht sagt, dass Johnny irgendwie die meiste Erfahrung hat und deswegen noch einen Punkt bekommt. Also einen extra Punkt oder so. Das wäre halt relativ großer Bullshit. Und ich hoffe wirklich, dass Julian sich da am Riemen reißt. Das Ding ist halt auch, dass das JBB ja diesmal im 16. Jahr starten wird. Also zumindest laut den Aussagen von Julian letztes Jahr oder schon Jahr 2015. Auf jeden Fall sagt er ja schon, dass das Mini-JBB wegfallen wird und dafür das Ganze im 16. Jahr starten wird. Das heißt, es gibt 32 Teilnehmer und vielleicht gibt es ja irgendeinen krassen Newcomer. Ja, wobei, was heißt vielleicht gibt es einen krassen Newcomer? Es gibt mit Sicherheit irgendwelche JBB-Newcomer zumindest. Also es kommen ja jedes Jahr neue Leute und da wird schon irgendwer Krasses dabei sein. Da man jetzt momentan aber noch nicht wirklich viel weiß, bin ich irgendwie, also ich bin gehypt, aber irgendwie bin ich ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe so eine böse Vorahnung, dass Johnny einfach durch das Turnier durchgehen wird. Also keine Ahnung, das ist jetzt auch eine sehr vage Behauptung, aber irgendwie, also man kann es nicht verübeln. Johnny Dixon hätte auch schon für mich das JBB 2015 gewinnen müssen. Also gut, gegen Neo hätte man sehen können, wie man will, aber ich finde, er hat auch damals schon gegen Neo gewonnen. Und gut, das war wirklich noch Geschmackssache, wer da den Extrapunkt verdient hatte. Deswegen bin ich da auch wirklich noch so, dass ich das durchgehen lassen habe. Aber keine Ahnung, ich denke mal, da hätte er sonst jeden hinbekommen, weil Ente ist halt ein krasser Punchliner, aber Johnny ist halt ein noch krasserer Punchliner. Da es keinen Technikpunkt mehr gibt, könnte Ente auch da nicht aufholen. Deswegen denke ich persönlich, dass ein Johnny gegen Ente Battle für Johnny ausgegangen wäre. Auch hier ist das wieder eine sehr wackelige Behauptung, weil man ja einfach nicht weiß, wie die abgeliefert hätten. Aber wir werden es ja, denke ich mal, im King-Finale 2017 sehen. Jedenfalls bin ich momentan einfach wirklich so, ich weiß nicht. Also JBB 2014 und 2015 war ich wirklich gespannt, wer es bis zum King-Titel schaffen wird, weil das alles so offen war. Aber diesmal ist einfach Johnny dabei, der womöglich BBM-Crew-Support bekommt. Und irgendwie ist es gar nicht mehr so interessant, das Ergebnis zu erfahren. Natürlich ist das Ergebnis nur ein Teil des ganzen Projektes, also für mich ist es eh nicht wichtig. Es gab ja auch schon Leute, die sich einfach für die JM10 0 interessiert haben, weil die ganz genau wussten, dass Gary eh gewinnt oder dass Johnny eh gewinnt, was weiß ich. Die haben dann gesagt, oh, der gewinnt eh, juckt mich nicht mehr. Das sind halt so Leute, die interessieren sich nur für das Ergebnis und nicht für die Runden. So einer bin ich halt nicht zum Glück. Deswegen bin ich einfach gehypt auf die Runden. Trotzdem nimmt das irgendwie so ein bisschen diesen Vorspann weg, weil ich irgendwie schon diese Behauptung habe, dass Johnny sehr weit kommen wird oder auch das Ganze gewinnen wird. Ich stelle das jetzt aber auch alles viel zu negativ hin. Natürlich ist Johnny krass, keine Frage. 2015 hat er auch übel gut gepanscht und war auch eigentlich, wie gesagt, der beste Punchliner für mich im JBB 2015. Aber wir wissen halt nicht, was kommt. Wenn Johnny jetzt wirklich haushoch gewinnt, ist das kein Ding. Aber ich habe keinen Bock auf so eine knappe Entscheidung, wo dann Julian einfach Johnny den extra Punkt gibt, obwohl es nicht gerechtfertigt ist. Aber gut, ich wollte das Thema nur mal ein bisschen so ansprechen. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr das genauso seht oder ob ihr euch noch gar keine Gedanken dazu gemacht habt. Lasst auf jeden Fall gerne mal eine Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, würde mich auf jeden Fall wie immer freuen. Und ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Wir sind sowas von, sowas von, sowas von, sowas von, sowas von, sowas von. Hey.